Wir sind hier am Bootshafen in unserer Landeshauptstadt in Kiel. Und zwar werden wir von diesem Samstag, den 17.06. bis zum darauf folgenden Sonntag, den 25.06. unsere Kieler Woche haben, beziehungsweise unser Hobby-Event. Denn wir sind nämlich hier sozusagen auf dem, ich wollte schon was sagen, firmen eigenen Gelände von Hobby. Nein, aber tatsächlich auf dem Hobby Ocean Fun Park Gelände. Das heißt, hinter uns sehen wir tatsächlich das Zelt, wo wir unsere Fahrzeuge für euch ausstellen und natürlich auch live vor Ort sind. Das heißt, Krüger bei Spahn an. Wir sind gerade noch voll im Aufbau. Jan und ich machen einfach mal so eine kleine Interruption, einen Break. Auf jeden Fall, wir zeigen euch schon mal die ersten Sachen. Merkt euch auf jeden Fall das Datum. Wie gesagt, Samstag bis Sonntag. Und wenn wir hier lang gehen, dann sehen wir halt auch schon mal das ein oder andere Erste, was wir halt gemacht haben. Das Messe-Team ist, wie gesagt, auch noch dabei aufzubauen. Und genau, die ersten kleinen Einblicke sozusagen nach drin. Maxi-Avan, Maxi-Avonwagen, Beachy haben wir mit dabei. Zeigen wir euch gleich nach dem Cut. Wir freuen uns auf euch. Datum merken. Und dann sehen wir uns auch hier vor Ort. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Jetzt befinden wir uns in dem Zelt und hier erwartet euch tatsächlich dann einmal der Deluxe 515 UHL Hubbettenwagen, Einzelbetten und so weiter. Aber auch der Exzellent Edition 545 KMF Kinderbettenfahrzeug, vorne dann französisch quer. Wir haben hinter uns noch den Maxi-Avonwagen als 660 WQM bzw. dann auch noch den Maxi-Avan als Kastenwagenvariante. Also wenn ihr den selber noch nicht kennt, noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch unbedingt an. VW-Basis, All-In, alles was wir brauchen, ist es da. Hier wird noch eine kleine Bar aufgebaut. Ansonsten haben wir wirklich schöne kleine Möglichkeiten, überall sich mal hinzusetzen, Platz zu nehmen, mit uns zu quatschen, vielleicht ein Getränk noch zu euch zu nehmen. Und dann haben wir tatsächlich auch noch unseren kleinen und beliebten Wohnwagen. Ich meine, wir sehen es überall an der Deko in Beachy-Variante. Das heißt, als 360er haben wir ihn auch noch mit dabei. Ihr könnt ihn aber auch bei uns auf dem Handelsplatz in Kiel, könnt ihr euch die Fahrzeuge natürlich auch anschauen. Und auch die größeren Varianten, 420, 450 oder halt auch alle anderen Fahrzeuge, die bei uns im Bestand sind. Was bleibt uns zu sagen? Wir freuen uns auf euren Besuch, kommt vorbei und attacke hü! Bis zum nächsten Mal.